Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe Breaking News für euch über Business Club, also wollen wir direkt damit starten. Viel Spaß bei dem Intro und let's go! Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Werbpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Ja, so wie es aussieht, gibt es Business Club nicht mehr, obwohl da so viel hinter steckte, die sowas Großartiges aufbauen wollten und Jordan Belfort ein Promoter von dieser Seite war. Wir gucken uns das Ganze jetzt aber einmal an, wie ich zu diesem Entschluss komme. Denke mal, alle, die hier angemeldet waren, haben es gemerkt, wenn man hier auf Login geht und seine Daten eingibt, kommt ein Fenster, was wir so noch nicht kannten. Ich zeige euch das jetzt einmal. Also das Login-Fenster hat noch einmal frei funktioniert und wenn man dann auf Login klickt, erscheint dieses Fenster hier. Und jetzt steht hier, please contact support, das braucht ihr gar nicht versuchen, dieser wird nicht antworten. Und das ist schon mal so, okay, Business Club war öfters schon nicht erreichbar, weil die irgendwelche Updates eingespielt haben oder sonstiges. Es sollte ja auch hier ein größeres Update geben mit dem neuen Token von denen. Aber was dann doch etwas sehr beunruhigend war, war folgende Meldung. Ich zeige euch die jetzt einmal, die vom offiziellen Channel von Business Club aus kam. Hier ist sie, die kam am 21. Juli. Dear Business Club, we had been under massive DDoS-Attack in the last 48 hours. Service will be temporarily available, including sign-ins, sign-ups, deposit in Bistroars. We apologize for the inconvenience. Also, um das mal zusammenzufassen, sie sagen, sie haben in den letzten 48 Stunden massive DDoS-Attacken bekommen und der Service ist nicht erreichbar. Das beinhaltet Einloggen, Registrieren, Deposits und Auszahlungen. Und sie entschulden sich für die Unannehmlichkeiten. Und das ist doch ein sehr schlechtes Zeichen, weil wirklich viele Scam-Seiten leider genau dieses als Entschuldigung nutzen. Und das hat ja immer einen bitteren Beigeschmack, dass sie schreiben DDoS-Attacken und einfach der Login nicht mehr möglich ist. Besonders meiner Meinung nach, wenn man unter solchen Attacken leidet, dann würde ich doch eher die komplette Seite vom Netz nehmen, anstatt nur den Login und die Registrierung zu sperren und nicht die Seite noch online lassen. Also für mich stinkt das hier ein bisschen. Wir warten aber einmal ab. Es ist natürlich noch nicht offiziell, aber es sieht nicht gut aus. Und wir können uns schon mal darauf einstellen, dass wir hier unser Geld nicht wiedersehen. Sollte sich hier noch irgendwas tun oder ändern, dann werde ich euch natürlich sofort auf den Laufenden halten. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall eben schnell einmal mitteilen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Was haltet ihr hiervon? Was denkt ihr? Und was kommt jetzt auf Jordan Belfort zu? Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!